heute wieder mein kraft aber überleben machen wir eine neue welt wie soll die heißen so auch die überleben ein friedlich vielleicht weil ich kann noch nicht so gut aber wir können es auch einmal wechseln aber gehen wir in friedlich friedlich rein let's go wenn ich gerade auf einen baum und ich habe gerade schaden bekommen machen wir jetzt den baum fällen es brauchen holz zu haben wir holz oder das ist das ich bin in einem wald gelandet aber das ist schon das ist schön aber müssen das nehmen dann müssen wir das glaubt nicht machen dann da die werkbank danke mir stecks da die machen ich weiß nicht gerade wie die heißen aber egal so jetzt brauchen wir schwer oder brauchen wir dann holz oder brauchen wir was brauchen wir zum einen spitz hack machen holz brauchen wir das brauchen wir so dann müssen wir das machen das machen das machen wir dann können wir das und dann können wir das mit stecks zusammen können wir doch ein schluss machen oder nicht da ern du 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 Jetzt will man holen. Holz haben wir mal. Was brauchen wir? Zum ein Schwert zu bauen. Was ist das Schwert? Oder zu einer Spitzhacke. Das brauchen wir sicher. Holz. Nein, nicht. Ein bisschen stecken. Stecken wir. So. So. Jetzt müssen wir... So. Jetzt müssen wir... So. 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 über den See. Das ist eigentlich noch ein schönes Plätzchen. Ich nehme noch ein bisschen Sand mit, um die Fenster zu machen. Oder mit Sand machen wir noch Fenster. So. Okay, dann so. So, 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 so. So, ich nehme 30 mit. 32 ist nicht gut. So. 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 So wird auch noch bald sein. Wo können wir so ein Haus bauen? So. 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 So, wir können, oh, das ist Schwein, oh, das ist Schweine, ich töte die, und nur Schwein. Mit Spitzhagen töte ich sie, ich habe kein Schwert gerade dabei, zu essen habe ich, ich brauche Wolle, dann kann ich ein Bett machen, so. Das wäre ein schöner Ort, oder auf dem Berg, da oben, aber ich farme noch ein bisschen an Holz. Brauche ich ein Schaf zum töten? So, Holz kann man echt nie zu wenig haben, oder zu viel. Sand nehme ich noch ein bisschen mit. So. Ich würde gerne so auf dem Bär ein Haus bauen. Dann kann man so runter, so, und schon. Ich mache, glaube ich, ich gehe mal auf den Berg, ich gehe mal auf den Berg, so. Dann können wir da unser Lager hinbauen und unser Haus hinbauen. Ich gehe noch ein und dann habe ich ein Stück. Da ist der Berg voll, da hat es auch viel Sand und dort hinten hat es schön viele Bäume. Das ist doch ganz gut. Sand brauchen wir für ein Fenster. Oh, da hat es eine Höhle. Oh, da hat es eine Höhle. Oh, cool. Dann gehen wir auf den Berg hoch. So, 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 so. Oha, da hat es so viel Sand. Oha, da hat es so viel Sand. Ja, also da baue ich mein Haus hin. Was ist dort hinten? Was ist dort hinten? Was ist dort hinten? Das ist schön. Das ist schön. Schöne Landschaft und so. Ja, da baue ich mein Haus hin. Oha, da ist er dann schön. Soll ich da meine Beiß aufbauen? Ich baue sie so. Baue ich sie vielleicht so. hier hin. Ich brauche noch an. Holz. Holz brauche ich da weg. Nichts. Ich brauche noch Regen. Super. Aber, das kann ja auch weg. Jetzt kann ich noch Regen. Super. Aber, das kann mir auch weg. Fleisch habe ich auch, ich muss noch auf Tierfarm gehen, auf Tierreise, weil dann muss ich noch Tiere töten, ich habe jetzt ein Schwert und eine Spitzhacke. Da will ich aus, ich denke aus Stein, nein Hausbau und aus Holz, das wäre schön, brauchen wir noch etwas, aber aus, können wir doch Fenster machen, oder nicht? Ach nein, hab ich schon gesagt. Können wir nicht das und das nicht. Egal. Haben wir einfach mal den Platz gefunden, wo wir mal unser Haus hinbauen. Das ist eine schöne Gegend. Und ja. Aber das war's von dieser Folge. Und wir haben unser Platz gefunden und wir haben Überleben gespielt jetzt. In der nächsten Folge können wir noch das Haus da weiter bauen. Und jetzt bin ich schon bei Level 1. Aber das war's von dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat, ein Like da lassen und ein Abo da lassen. Ok. Tschüss, tschau.